ja leute und herzlich willkommen bei meinem neuen gta-video heute wollte euch die kleine informationen raushauen ich mach bei youtube bei stream habe ich das leid tritt habe es leider nicht gepackt um es zu schaffen wir sind man kann es irgendwie nicht finden sagen wir so und auf youtube will ich irgendwie streamen es ist ja auch irgendwie besser so dann schauen wir alle zu vielleicht und ja so um gegen 5 5 so gegen fünf halb sechs fange ich an und also ich freue mich lasst erst mal zehn likes da weiß ich bescheid und ja haut rein und ja